Der Film ist Kriegswichtig und ich brauche sie. Diese Rolle nimmt man mir nicht ab. Entweder bekannt, beliebt, berühmt oder aber verfilmt, verloren, vergessen. Ich nehme diese Rolle nicht an! Ich mach's nicht! Und damit, Bastard! Diese Schauspieler sind wie die Kinder. Er hat mir einen Aschenmöcher vor die Füße geknallt und hat abgelehnt. Großartig. Schreiben Sie, wir wollen mit dem Film nichts mehr zu tun haben. Wie ich sehen kann, sind sie genauso begeistert wie ich. Da kommt der Teufel zum Schauspieler her und sagt, mein Freund, du kannst alles von mir haben. Große Rollen, große Häuser. Aber du musst mir deine Seele verkaufen. Ja, sagt der Schauspieler, ja. Aber wo ist der Haken? Wo ist der Haken? 11.000 arring hyalisch traverse 21.000 23.000 23.000 Das war's für heute.